Killing all these rappers, you would swear I had a headless Hi Leute und herzlich willkommen beim NibandFIFATV Heute habe ich mal wieder ein neues Video für euch Und zwar heute wieder mit dem Jojo Hallo Und genau, habe ich heute wieder mit Skype hier dabei Ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht so schlecht Und zwar spielen wir heute sozusagen den 5 Minuten Squad Der heißt ja eigentlich 7 Minuten Squad Und wir machen ihn heute auch mit nur Bronze-Spielern Also wir müssen wirklich nur nach Bronze-Spielern suchen und die in unser Team bauen Dazu lese ich jetzt noch was vor Eben 5 Minuten Zeit, ein Hybrid muss es am Schluss sein Das könnte auch schwierig werden Budget 10k, also mehr als 10k dürfen wir nicht ausgeben Haben wir auch beide gerade nur so im Verein Und genau, 100 Chemie muss das Team auch noch ergeben Die Formation scrollen wir durch Das heißt, ich schau weg Ähm Der Jojo schaut auch weg Und der andere sagt immer Stopp Also ich sage Stopp Dann so wie bei FIFA Roulette Und danach spielen wir mit den Teams gegeneinander Und ja, ich würde sagen, das war eigentlich jetzt erstmal alles Ist noch da was hinzuzufügen, Jojo? Naja, ich habe es nicht erzählt Okay, ich werde es dann später im Zeitraffer bringen, wo wir das eben zu unseren Squad aufbauen Jojo's Bild musste eigentlich neben meinen Bilds sein Außer er hat irgendwas verkackt Am Schluss die Aufnahme zu speichern oder so Sonst bringe ich die Bilder nebeneinander Dann seht ihr auch, wie er seinen Squad aufbaut Und ich würde sagen, jetzt habe ich schon wieder zu lang gelabert Und dann scrolle ich jetzt einfach mal durch Und du sagst einfach bei mir Stopp Ich schaue auch nochmal weg Bei meiner Formation Stopp Okay, ich sage gar nichts Wir sagen bei der Formation gar nichts Und jetzt scrolle du durch Ähm Schaust du auch weg? Okay, gut Stopp So, dann du stoppst die Zeit Jo Aber zuerst müssen wir eben noch auf den Transfermarkt gehen Und gleichzeitig uns noch zwei Spieler Das habe ich jetzt vergessen zu erzählen Ich hätte es jetzt wieder vergessen Bronze nach Bronze suchen Ähm Und Ähm Sonst eigentlich nichts Position ist egal Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir Wenn wir jetzt rechte Flügel haben Aber keine rechten Mittelfeld Zum Beispiel bei einer 4-3-3 Und wer jetzt ein rechten Mittelfeld bekommen Kann der ja noch nicht auf 10 Chemie kommen Ähm Eben Das ist jetzt scheiße Wenn wir zwei Torhüter zugelost bekommen Ist auch kacke Wir müssen jetzt die ersten beiden Spieler nehmen Die auf dieser Seite erscheinen Äh Aber ich glaube Erscheinen bei uns die gleichen Spieler? Äh Weiß ich gar nicht Ich glaube nicht, ne Okay, wir probieren es aus Hast du Brosse eingestellt, sonst nichts? Ja Und dann würde ich sagen Los geht's Alles klar, okay Wir sagen einfach gar nichts dazu Ja 2006 oder Münzen Halt der Maul Ja Hä Ja, die haben ja auch die gleichen Spieler Ernst Auch Fand der Beatsen 50 Pätschstürmer Und den einen Russen da Okay Du kannst Ja genau Schuhkauf Die kriegst du Nein Nein, okay Wir suchen jetzt nochmal einen neuen Zwei hintereinander Ein kleiner Oder lass es einfach so machen Nee, der kann es selber ausbauen Weil ich krieg das dann mit dem Hybrid nicht hinten Ein kleiner Fail im Video Nein Wir müssen das jetzt so machen Und dann such du Jetzt nochmal Und ich warte noch kurz Und du sagst Und du sagst nicht Was du gezogen hast Kauf die Also Ja Auf die Kandidatenliste Die kriegt man bestimmt noch billiger Ja, er ist abgelaufen Dann nehme ich den dritten Okay Nein, die musst du nochmal nehmen Merk dir den Namen Den musst du nehmen Den musst du nehmen Okay Und Dann will er wieder schummeln Wahrscheinlich war der dritte So ein richtig geiler Und der Erste Nee, beide waren scheiße Fast jetzt schon Okay, gut Dann Bin ich jetzt dran Ja Überragend Sauber, sauber Also Unglaublich Unglaublich Die kann man Hier mal direkt kaufen Das ist ja Das ist ja nicht dein Ernst Aber was sind das für Lieben Aber hier auf der ganzen Seite Hier noch österreichische Liga Aber das ist ja Der oberste Scheiß Meiner kommt aus Uganda Jetzt hast du zu viel verraten Aber dann verrate ich auch Okay, die beiden Spieler Den rechts verraten wir nicht Ich habe einen Südkoreaner Aus der südkoreanischen Liga Mit einer 59 Und dann verrate ich auch noch Den anderen Aber den Rest dürfen wir nicht verraten Vom Team Warte, die kann ich mal Runtersetzen Äh, runtersetzen Kann ich hier Vom Markt tun Dann habe ich noch 52er Duffy Aus der Irländischen Liga Müsste es sein Ist ein Irre Wann fangen wir an? Ich setze die noch ganz kurz In mein Team rein Und dann können wir Eigentlich anfangen Warte, ich muss in mein Team noch reingehen Und Nico, ich suche schon bei der Liga Also, du hast schon begonnen, oder was? Äh, noch nicht ganz Also so mittel Keine Ahnung Okay, komm, dann Let's go Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Das erste ist ja irgendwie ohne was Oh mein Gott, das war gerade übel der Fail bei dir Bei dir war bei Auswärts Bayern-Trikot angezeigt, aber du hattest noch die gelben Trikots Spiel wieder in den gleichen Trikots, komm Und wir auch nochmal in den gleichen Eben nochmal das gleiche Und du hast natürlich wieder deine What the fuck? EA ist übel am Am verkacken Ey, du hast hier gerade ein Team mit DreamSquad-Spieler Quadrado in Form Und Jonas im Sturm, jetzt bricht's gleich ab Drei, zwei Eins, gleich musst du's abbrechen Bei mir hast du Dein linker Flügel, ja Wusste ich's, was ist mit EA los? Komm, wir probieren's jetzt einfach nochmal So Dritter Versuch Come on, EA bitte jetzt Zeig das richtige Team, war bei mir Das richtige Team, jetzt hast du das richtige Team Bei mir auch Ich glaub du hast einen ganz gefährlichen Stürmer, oder? Hat der Pace? Okay, ja dann Du siehst irgendwie so gefährlich aus, oder dein ZM's sehen auch so gefangen Du hast wenigstens, bist auf Brasilianer gegangen, ja Aber, und du hast Portugies, was hab ich, Koreaner und Irländer Ir, 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 Irländer, Irren Und sagen, ab geht's, rein ins dritte Spiel Oder ins zweite erst, aber, ja Ja, und so spielst du mit Bronze-Spielern 1-0, ist das so lächerlich Mag die, mag die, voll falsch Ich spiel das mal Ich spiel das mal Ja, 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 ich hab das Komm Jo 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 Der ist durch, der ist durch, Fuß rein Jo Bin kein Absatz Aber ich hab die Lächere Was Absatz, was Absatz, was Absatz Jo, Absatz Das war wieder der gleiche, das war wieder der gleiche. Ich muss eigentlich nur was über links machen. Ha ha ha! Danke EA, ich hab dich lieb. Jetzt krieg ich nicht den Sieg, oder? Also, doch, na klar krieg ich Sieg. Ich hab gewonnen, gegen Jojo. Nein, ich hab dich gequittet, das war EA. Ich weiß, ich weiß, dass das EA war. Trotzdem habe ich gegen dich gewonnen. Du hattest es ja sowieso vor zu quitten. 3 zu 1 steht da zwar jetzt nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, schaut auch gerne beim Jojo vorbei. Willst du noch ein bisschen Werbung für deinen Kanal machen? Nö, morgen nehmen wir ein anderes Spiel auf. Ja, wir können die Challenge theoretisch nochmal mit Silber oder Goldspieler machen. Wenn ihr Bock drauf habt, dann frage ich euch mal irgendwie hier oben bei dem i bei Info. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020